Kommt mit uns in das märchenhafte Königreich Schwanensee, in den neuen Zeichentrickfilm Die Schwanenprinzessin und das Geheimnis des Schlosses. Die wunderschöne Prinzessin Odette und der edle Prinz Derek regieren ihr Reich mit einem Lächeln und viel Liebe. Doch eines Tages gibt's Probleme und es ist die Aufgabe des Prinzen, das Königreich zu retten. Wieso brennt jemand unsere Felder nieder? Um einen blutjungen Prinzen in die Falle zu locken. Ein böser Hexenmeister hat ein Auge auf eine magische Kristallkugel geworfen und schreckt von nichts zurück, sie zu bekommen. Nun muss ein jeder Kopf und Kragen riskieren, im Kampf gegen das mächtige Böse, um den Schwanensee zu retten. Verwandle mich in einen Schwan. Vielleicht bleibst du dann für immer ein Schwan. Erlebt das neue, bezaubernde Abenteuer mit euren Lieblingshelden Puffin. Mein Schnabel ist versiegelt. Jean-Borre. Ich bin ein Prinz. Blitzer. Kleiner in meinen Augen bist du ein Prinz. Prinz Derek und Prinzessin Odette. Das tut man für einen Freund. Das tut man für einen Freund. Hätt ich den Zauberstab gebraucht. Mit Magie und Musik feiern wir die Macht wahrer Freundschaft. Die Schwanenprinzessin und das Geheimnis des Schlosses. Was ist mit mir ist mit mir und ist mit mir die 가족sане. Amen.